Hallo Bergzeug-Fans, willkommen bei GoToastTV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier sechs Rasenmäher von Makita und ich möchte zusammen mit dir mal schauen, welcher ist denn der richtige für dich? Denn es ist echt erstaunlich, wie groß die Unterschiede zwischen diesen Rasenmähern sind und wie viel verschiedene Rasenmäher Makita hat. Irgendwann der Ursprung dieses Videos war eigentlich ein ganz anderer. Wir haben vor kurzem mal uns Rasenmäher angeschaut und ich habe gedacht, Mensch, Makita hat doch ein paar mehr Rasenmäher, die können wir mal mitnehmen. Machen wir alles einfach mal in einem Video, das kriegen wir schon hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Das hier, selbst das hier ist nur eine Auswahl von Rasenmähern. Es gibt dazwischen noch so viele andere, das konnte ich mir gar nicht hinstellen. Es wird auch gar nicht mehr ins Bild reinpassen. Was ich aber heute machen möchte, ist folgendes. Ich möchte vom kleinsten Gerät, was es überhaupt von Makita gibt, von dem hier euch mal kurz zeigen, was für Unterschiede es gibt, damit ihr wisst, welche es sind und was auch zu euch passt. Denn hier sind wir irgendwo bei einer Rasenfläche von 250, 270 Quadratmetern, bis wir hier ankommen bei einer Rasenfläche von 7000 Quadratmeter. Nochmal 7000. Und deswegen möchte ich euch das mal zeigen, damit du weißt, was ist denn jetzt eigentlich der Richt hier für mich? Und warum? Wir gehen erst mal ein paar Grundsätze durch, dann sind wir etwas schneller bei den anderen Geräten. Erst einmal das Gerät hier heißt DLM 330 und die 330 steht für die Schnittbreite. Also wenn ihr über euren Rasen rübergeht, dann haben wir hier in dem Fall 330 Millimeter Schnittbreite und das geht es bei allen Geräten so. Das heißt, wenn wir hier später zum Beispiel von einem 480 534 und so weiter sprechen. 534 zum Beispiel sind 53,4 Zentimeter Schnittbreite. Ergo bei den größeren Geräten kommen wir auch immer mehr zu einer höheren Schnittbreite. Ihr seid schneller fertig mit dem Mäh. Beim Gerät sind wir übrigens bei einem Preis von rund 165 Euro. Wie immer findest du alle Geräte und einem ehrlichen Preisvergleich. Dann das nächste Thema. Diese mehr können alle mähen und mulchen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Das Thema Akku, das immer hier oben. Wir haben da teilweise verschiedene Systeme. Da komme ich aber gleich dazu jeweils. Du drückst hier drauf, nimmst das Ganze nach oben, hast hier den Akku, kannst ihn rausnehmen und hast hier deine Sicherheitsschlüsse. Den kannst du mitnehmen, damit nicht versehentlich deine Kinder das Gerät hier nehmen. Ja, ich lasse jetzt extra mal ab, drücken auf den Knopf und ihr werdet sehen. Ja, funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt den Schlüssel, tun es wieder rein, weil einige kennen das nicht. Dafür ist er da, damit nicht versehentlich Kinder damit spielen können. Jetzt wieder Schlüssel ist drin und ihr habt gesehen, es funktioniert. Zusätzlich muss man sagen, das Gerät hier zum Beispiel stoppt sehr schnell. So ansonsten erst einmal, dass der DM 330 und ist dafür ausgelegt bis für eine Rasenfläche bis zu 270 Quadratmeter. Und zwar ist es so, die 270 Quadratmeter ist natürlich in ein optimaler Zustand. Ergo der Rasen ist nicht zu hoch, er ist nicht nass. Ihr habt alle gute Laune und so weiter und so fort. In der Regel wird hier ergo etwas weniger als das mit mit einem Schwung halt schaffen, übrigens natürlich nicht mit nur einem Rehälterlehrung hier. Das müsst ihr zwischendurch trotzdem machen, wo wir übrigens gerade hier hinten sind. Hier gibt es noch Folgendes und zwar das Gerät kannst du einmal mit dem Behälter hier mit Auffangbehälter betreiben oder mit einem Mulchkeil. Du kannst also auch München. Das kannst du mit allen anderen Geräten auch. Da gehe ich jetzt nicht noch mal extra drauf ein. Insofern jedes Gerät hier kann auch München. Dazu nehmt ihr es einfach hier ab und dann nehmen wir das hier und tun das einfach hier rein. Moment. So. Nee. So hier rein. Und dann wird hier nichts mehr ausgeworfen und es wird alles dann nach unten geworfen. Denkt dran, wenn ihr sowas machen wollt, dass ihr nicht gleich zehn Zentimeter gefühlt ab abmädt, sondern dass ihr nur kleine Stücke abmädt, damit das auch entsprechend in den Rasen rein kann. Nächstes nächstes Thema, was alle Rasenmäher hier jetzt vereint, ist folgendes und zwar die Höhenverstellung von oben. Das heißt, ihr müsst nicht hier irgendwo unten rum machen und tun, sondern ihr habt eine wirklich, wirklich gute Höhenverstellung von oben. Ihr könnt einfach hier das Stufenlos hier einstellen. Ihr seht, dass meine zweite Hand ist hier unbenutzt. Ja, ihr seht, ich muss es vielleicht noch ganz minimal anheben oder stabilisieren und dann schon kann es hier hochheben. Und ich habe hier zum Beispiel eine Schnitthöhe von 20 bis 75 Millimeter, wenn ich hier das entsprechend einstelle. Also auch das hier ganz einfach und eine sehr robuste Technik. Mehr gibt es zu diesem mehr übrigens auch gar nichts zu sagen, außer dass ihr eine Anzeige habt hier an der Seite, wo das angezeigt wird, wo der Ladestand angezeigt wird und das Problem, wenn es eins gibt. Und ansonsten einfach hier drücken, ziehen, drücken, ziehen und los geht's. Und schon kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum DLM 432. Ergo, wir haben jetzt rund 430 Millimeter, also 43 Zentimeter Schnittbreite. Das ist schon einiges mehr als der andere. Und ihr könnt jetzt einen viel größeren Fortschritt in viel kürzerer Zeit erzielen. Zudem ist es so, dass jetzt die Höhenverstellung etwas anders aussieht. Ihr seht das hier, wir hatten so einen kleinen Griff. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier können wir dann das hier auch so nach vorne ziehen und dann auch zur Seite. Sehr robust gemacht, auch hier an der Stelle. Zusätzlich ist es so, dass wir jetzt allgemein merken, je höher wir von der Güteklasse der Geräte kommen, umso mehr Qualität haben wir auch. Zum Beispiel haben wir hier Kugel gelagerte Räder, aber wir haben jetzt auch ein 36 Volt Gerät. Das heißt, vorher das Geld war das erste und einzige Gerät, was du mit 18 Volt betreiben kannst. Jetzt bist du bei 36 Volt. Was heißt das? Du brauchst nicht mehr einen, sondern zwei Akkus. Ja, also du hast hier Akku Nummer eins und Akku Nummer zwei. Wir können es auch mal ausprobieren. Wir machen nur ein Akku rein und schauen wir mal, ob wir das Gerät an kriegen. Ja, das Gerät geht nicht an. Jetzt machen wir mal den zweiten Akku rein. So. Ja, ihr habt gesehen, mit zwei Akkus geht es dann, weil das ist ein 36 Volt Gerät und muss auch mit 36 Volt betrieben werden. Ergo 28 Volt Akkus zusammen 36 und dann geht es auch schon los. Wie gesagt, Unterschied ist, ihr habt eine größere Breite, kommt damit auch viel weiter. Ihr habt hier etwa so 500 Kubik, ich muss schon sagen, Quadratmeter, die ihr damit mähen könnt. Beim Preis sind wir übrigens hier bei rund 180 Euro. Das heißt gar nicht so viel mehr als der andere. Dafür bekommt ihr eine wesentlich höhere Schnittbreite. Aber habt den Nachteil, dass ihr auch zwei Akkus immer braucht. Müsst ihr wissen, was euch lieber ist? Eine kleine Schnittbreite, 18 Volt oder hier Einstieg in 36 Volt System, zwei Akkus breiter schneiden. Jetzt merkt man, jetzt wird es richtig, jetzt wird es amtlich recht großes Gerät. 480 Millimeter Schnittbreite, das ist der DLM 480. Null, das heißt 48 Zentimeter in der Breite. Für euch von vorne, ja, das ist schon. Das ist schon breit, ja, das ist schon echt breit, was das Gerät hier kann. Was ist der Unterschied? Wir haben hier ein Gerät, auch wie natürlich 36 Volt, also ein ganz normal Makita Akku, den du kennst. 18 Volt nimmst du hier rein, hier auch wieder. Du kennst das hier auch wie vorher siehst du rein und das Ganze rein. Du hast hier einen Schlüssel, so wie vorher auch Klappe zu fertig. Also im Grunde dasselbe wie auch schon beim ersten mehr hier vorne Akkus drin, aber zwei. Das Gerät hier aber hat den Vorteil. Wir sind hier im Bereich bei rund 800 Quadratmetern, die du mit dem hier am Schnitt mähen kannst. Ja, darum geht es ja eigentlich. Selbst in ungünstigen Umständen kannst du wahrscheinlich so zwischen 500 und 600 Quadratmeter immer mähen und das ist schon der Hammer. Übrigens sehen wir hier auch wieder eine andere Höhenverstellung. Ja, die sieht jetzt auch noch mal wertiger aus als bei den anderen. Die ist an einem Schlichtwagen, aber das ist immer hier, schaut immer noch mal eine Stufe mehr. Ein wichtiger Unterschied ist übrigens, den wir auch gerade so knapp gesehen haben. Wir haben hier eine maximale Schnitthöhe von zehn Zentimetern. Das ist relativ ungewöhnlich für so ein Rasenmäher, dass du dich auf zehn Zentimeter hoch aufbocken kannst. Der Hammer. Übrigens die Kugel gelagerten Räder haben wir natürlich hier genauso. Hier haben wir natürlich aber auch schon einen anderen Preis, wo wir vorher noch unter 200 Euro sind, sind wir hier knapp über 300 Euro, so im Bereich 300, 310 Euro. Nochmal der Hinweis und den ehrlichen Preisvergleich findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen. Darf es denn etwas mehr sein? Jetzt haben wir die DLM 539, der leicht unterschiedlich zu dem Namen wirklich nur nur 53,4 Zentimeter Schnittbreite hat. Aber hier in dem Fall haben wir ein kleines, ein klein wenig weniger Schnitt, Schnittmenge, nämlich wir schaffen hier zwischen 650 und 700 Quadratmeter mit dem. Und zwar aus vollem Grund. Hier ist es so, wir haben etwas größere Räder hier auch noch Kugel und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Aber in dem Fall ist es so, dass die Räder hinten direkt angetrieben werden. Auf die Art und Weise ist es so, dass du viel leichter durchs Geländer kommst und nicht direkt antreiben musst. Du musst nicht schieben, 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 sondern das macht das Gerät für dich. Ich zeige dir das mal Gerät einschalten, Geschwindigkeit vorwählen von 2,5 bis 5 kmh. Ich mache es mal etwas langsamer und los geht's. Du hast gesehen, ich habe nicht gedrückt. Ich zeige es ja noch mal. Ja, ich ziehe es hier nur zusammen. Und das ist wirklich etwas, was angenehm sein kann beim Rasenmähen, weil gerade wenn du so einen großen Rasenmäher hast, je breiter und größer sie werden, umso mehr Energie musst du auch auf aufnehmen oder aufgeben oder abgeben besser, damit du es nach vorne treiben kannst. Und hier macht es das Gerät einfach für dich der Hammer. Falls ich noch nicht erwähnt habe, sind wir jetzt beim Preis von 500 €. Und du hast gemerkt, wir sind so von 160, 180, dann 300, 500 € gehen wir immer und immer weiter im Preis, aber haben auch immer mehr Gerät, weil bei der Breite, die wir haben und bei der Menge an Funktionen, die wir haben, ist natürlich auch der Preis entsprechend ein ganz anderer. Ich biete dir eine Sache an und zwar von Makita gibt es ja noch mehr Geräte, als die hier. Und deswegen kannst du Folgendes machen. Hier oben verlinke ich das Ganze mal auch unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir folgendes und zwar unsere große Datenvergleich, unser großer Werkzeugvergleich. Ihr wisst ja, immer wenn wir viele Werkzeuge vergleichen, machen wir eine große Datenvergleichstabelle und gerade hier, wo es noch viel mehr Geräte gibt, als die, die ich heute dir vorstellen kann, schau es am besten einfach auf die Seite. Da siehst du alles direkt Antrieb. Ja, nein, wie viel Quadratmeter? Was kann das Gerät? Ba, 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 da hast du noch mal alles auf einen Blick. Also am besten einfach mal hier oben draufklicken oder unten in der Videobeschreibung der Werkzeugvergleich. Kommen wir zum DLM 537, eine Schnittbreite von 53 Zentimetern. Das ist schon der Hammer. Aber wie ihr seht, hier sind wir endgültig im professionellen Bereich. Die Räder hier sind noch größer. Das Ganze ist noch massiver und das Gerät hier ist hier aus massivem Aluminium. Das ist kein Stahl, kein Kunststoff, das ist wirklich Aluminium, damit es auch nicht zu schwer wird wahrscheinlich. ähnlich und wir haben hier mehrere andere Funktionen, die wir vorher auch nicht hatten. Übrigens natürlich auch hier wieder mit Radantrieb. Wir haben das Ganze hier oben dran, aber wir haben noch mehr. Das zeige ich dir aber gleich. Wir haben jetzt aber noch eine Sonderfunktion, die wir vorher nicht hatten. Moment, ich muss mal kurz drehen. So und zwar ist hier so. Wir haben nicht ein Akku, nicht zwei Akku, nicht drei Akku, sondern wir haben vier Akkus hier drin. Schaut mal hier. Und zwar haben wir hier Akku eins, zwei, drei, vier. Wir haben hier zwei Bänke Bank eins und Bank zwei. Das ist also hier trotzdem ein 36 Volt Gerät. Aber du kannst einfach sagen Mensch, ich habe noch ein paar Akkus, die sind noch nicht mehr ganz so voll. Zum Beispiel packst du die hier vorne rein und die vollen nach hinten. Stellt hier das auf Bank eins ein hier und dann fängt er an, beim Mähen zuerst die erste Bank hier leer zu machen und dann geht er zu zweiten über. Ich muss sagen, also im Handbuch steht drin, dass er dann automatisch auf die zweite Bank wechselt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Oder ob du nachher umschalten musst, kann ich nicht sagen. Aber du hast auf jeden Fall hier die Möglichkeit, mit vier Akkus loszulaufen, was dir folgendes erlaubt. Du schaffst hier bis zu 2300 Quadratmeter. Also ein Grundstück in der Größe muss man auch erst mal haben. Und deswegen sage ich auch Mensch, das ist schon eher was für den gewerblichen Bereich. Denn hier ist so spätestens der Moment gekommen, wo man sich überlegen muss, brauche ich jetzt einen Aufsitz Träger oder nehme ich noch ein Rasenmäher? Wir haben hier mehrere Funktionen, die die anderen Geräte nicht hatten und die sind hier versteckt und zwar Nummer eins das Thema Akku Anzeige. Und zwar siehst du hier Bank eins, Bank zwei kannst du drauf drücken und du siehst Bank eins ist der eine schon fast leer und bei Bank zwei der andere. Es wird also total Sinn machen, die beiden hier mal zu tauschen. Hättest du die beiden leeren vorne und den vollen hinten und würdest dann dementsprechend hier so leeren. Nächste Thema ist das Thema Silent Mode. Und zwar kann ich das Gerät wieder einschalten. Bin denn hier auf Silent Mode? Und dann hört ihr das vielleicht auch schon. Was macht er im Silent Mode? Dreht er nicht ganz so hoch und dadurch bleibt er auch um einiges leiser. Das habt ihr auch, glaube ich, gerade ganz gut gehört. Zum Anfang war ohne und dann war mit. Kommen wir noch mal zum Thema Preis. Wir sind hier beim stolzen Preis von so um die 900 bis 1000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wer so viel Fläche hat, ich glaube, der wird dann auch dankbar sein für so ein guten Meer. Du willst mehr? Du kriegst mehr. Der LM001C ist ein absolutes Monster, ein Monster in jeglicher Hinsicht. Also erst mal, wir haben wieder unsere 53 Zentimeter Schnittbreite. Kennen wir ja, sagst du. Na ja, eigentlich nicht, denn wir haben hier so das Maximum von dem, was eigentlich so Makita bietet und auch vor allem das Maximum an Reichweite. Aber erst einmal, wir haben hier wieder die großen Räder. Wir haben hier Metall, diesmal aber Stahl. Und zwar, weil es noch robuster ist, noch mehr abkann, noch widerstandsfähiger ist. Auch wenn du damit mal irgendwo gegen denkst, verbiegt das nicht und bleibt da, wo es ist. Quasi, ja, dann haben wir hier etwas anderes. Und zwar, wir haben hier einen die Möglichkeit beim München, das hier an der Seite auszuwerfen. Das hatten wir so vorher auch noch nicht. Zumindest nicht so in der in der Größe, Breite Tiefe. Hier seht ihr auch unten, da ist das Loch dafür, ja, um das auszuwerfen. Und dann kann es hier entsprechend raus. Hier wieder der große Hebel, um die Höhe zu verstellen. Ja, der auch eine beachtige Höhe, die wir entsprechend einstellen können. Aber wir haben hier eine Sache, die etwas anders ist. Und zwar hier haben wir keine normalen Akkus mehr, die hier reinstecken. Ihr habt hier keine 18 Volt Akkus mehr. Diese normalen klassischen 18 Volt Akkus, sondern hier hast du einen riesigen Akku Pack. Ja, das hier ist der Akku für diesen Rasenmäher. Und zwar hast du hier einen 36 Volt Akkus Akku hier mit 1200 Wattstunden. Nochmal 1200, das ist der Hammer. Also es wird dich der Hammer und das Ganze kannst du hier aufsetzen. Ich zeige dir das mal so, dann hier drauf. So, Moment. Ich habe das auch nicht so oft gemacht, muss ich ehrlich zugeben. So und rund. Kabel natürlich weg runter. Dann hast du hier auch noch Klammern, die du ran machen kannst. Oder muss man in dem Fall nicht. Wir haben das hier, das Kabel und zwar setzen wir das hier hinten ein. Hier ist schon amtliches Kabel, was wir hier einsetzen. So und rein Feuer. Mit diesem Akku Pack hier oben drauf schafft das Gerät 6900 Quadratmeter. Also nochmal 6900 Quadratmeter. Alles ist irre, also wirklich irre. Kommst also irre, irre weit und kannst du ziemlich, also so ziemlich jedes normal vorstellbare Grundstück damit auf jeden Fall mähen und kommst da wahrscheinlich den ganzen Tag mit hin, ohne es auch nur einmal aufzuladen. Das ist wirklich schon echt irre, was man da machen kann. Die andere Funktion zeige ich dir lieber unten. Das Gerät hat auch den Direktantrieb, genau wie alle anderen davor, von zweieinhalb bis fünf kmh, aber ich möchte mal zeigen, was das bedeutet, wenn er mit fünf kmh loslegt. Ja, also Gerät einschalten und das ist wirklich auch schnell. Mit fünf kmh ist schon ordentlich Vortrieb. Das andere, was sich verbirgt, sich aber auch genau hier an der Einstellung. Und zwar haben wir hier drei Modi. Das ist die Nummer eins, ist der Automatik Modus. Das heißt, hier ist es so, dass er automatisch anhand der Last, die er bekommt vom Untergrund, die Drehzahl einstellt. Dann haben wir hier den Silent Mode, wo es auch wieder darum geht, dass es leise ist. Oder der letzte, das ist der normale Standard Modus, wo es um maximale Power geht. Ihr könnt also hier auch noch mal das für euch einstellen, wie es braucht. Ich glaube, auf dem Automatik Mode wird es wahrscheinlich am effizientesten sein für den Akku und er kommt noch weiter. Natürlich stellt sich die Frage, was kostet denn das Gerät hier eigentlich? Wir sind beim Gerätepreis sogar etwas günstiger sind. Wir sind so zwischen 700 und 800 Euro wie immer. Also gerade bei dem Gerät, das schwankt sehr stark immer vom Preis. Guck mal unten im ehrlichen Preisvergleich vorbei. Aber der Akkupack hier, den wir hier haben, der kostet fast 1000 Euro, der schon etwas teurer. Und er macht das Gerät natürlich in Summe zu einem extrem teuren Gerät, weil und das finde ich eigentlich sehr gut bei Makita. Du kannst es ja mit den Standard Akkus betreiben, so bis zu diesem Gerät. Aber lass uns mal das Thema noch mal zur Sicherheit einordnen. Ja, wir haben hier absolutes Profi Gerät. Das ist, glaube ich, nichts, was jemand privat wirklich braucht. Auch hier Profi Gerät. Ich bin auch der Meinung, hier ist es auch schon eher ein Profi Gerät, was wir haben. Und so würde ich persönlich sagen, Preis-Leistungstechnisch würde ich mich persönlich eher so in dem oder in dem Bereich hier aufhalten als Privatmann, denn hier bei dem hier ist es schon so, dass es wirklich für sehr, sehr kleine Grundstücke und sehr, sehr kleine Flächen, die ihr habt. Und hier mit einer Breite von 48 Zentimeter Schnitt und mit auch 500 bis 800 Quadratmeter, die das Ganze hier schafft, ist das schon ordentlich amtlich und du hast damit jede Menge Spaß. Du sagst dann bitte in den Kommentaren, ob du Spaß hattest mit dem Video und was wir noch machen sollen, ob wir uns das noch mal tiefer anschauen sollen. Sollen wir auch mal einen Test machen? Leistungstest? All das bitte mal unten in die Kommentare. Das war mal so als Einstieg gedacht, ob euch das eigentlich interessiert. Ich bin sehr gespannt und jetzt würde ich sagen, ran an den Rasen und bis zum nächsten Mal.